hallo leute ja hier nur einfach nur mal ein rundgang hier und habt ihr was lustiges wieder ja ich bin ja auch nicht also wir sitzen wir sehen hier die sonnen sich zwei feuerkäfer ein kartoffel oder marienchenkäfer verblasst und ein stinkekäfer borkenkäfer die sind die höchsten jetzt ist er weggeflogen habt ihr gesehen diese treffen sich hier alle die ganze zeit schon und und chillen ja der marienchenkäfer oder kartoffelkäfer war hier unten hat dann so gemacht und hat er sich gleich erschreckt hat sich zurück ein bisschen zur seite dann ist er nach oben und hat sich bei den anderen zugesät der borkenkäfer ist jetzt weg und die haben dann alle miteinander gechillt und haben sich gesund also finde ich ja lustig was kommt da jetzt eine kleine andere dinge im blatt blaues oder so ein weißes ding beim käfer kriegt man läuft da jetzt auch irgendwas lang ja und während ich filme werde ich hier oder beobachtet von der fliege die war eben auf meiner hand also wieder weg also alle gucken hierzu wird es hier los hier irgendwas los ist hier irgendwie was los oder was ist ja unglaublich leute man immer alles so sieht in der natur